Erneut geht es heiss her! Bei Fire Emblem Fade zum Echne! Es ist eine verdammt heisse Mission hier mit dem... Ne, es ist keine Lava offenbar. Es ist echt irgendwie Öl, was sich hier ausbreitet. Obwohl ich glaube, wenn du reinfällst, spielt dir persönlich selbst keine Rolle mehr. Weil klar, Lava wäre heisser, aber es tut so weh und Öl... Ja, ne. Ich glaube dir selbst, wenn du dann brennst, ist es relativ egal. Ob es Öl ist oder was anderes. Das ist eine ölige Angelegenheit. So, erstmal sammeln und dann letztlich auf den Feind. Das wäre ja logisch. Der greift echt sie an. Mach bloß 6 Damage. Wenn überhaupt, okay doch. Yeah, wir greifen die Kombination an! Das war eine geile Idee. Das war echt die geilste Idee ever! Das war echt die geilste Idee ever! So, ich kann bis dahin. Okay, vielleicht erstmal mit Skalet angreifen. Die ist zwar eigentlich schon stark genug. Soll ich sie schon mal hier nach vorne positionieren? Warum eigentlich nicht? Das war echt klar. Guckuck! Nein! Wollt ihr mich? Wollt ihr mich? Äh... Ich wollte gerade sagen. Vielleicht nicht unbedingt die beste Ideen. Die haben echt alle... Okay. Ich habe vorher gedacht, es haben die alle. Aber okay, die haben echt alle. nicht mehr am Streuschen. Streuschen ist auch so ein nettes Wort. Takumi... Also... Darf ich bitten? Ja, darf ich? Er ist echt einer der wenigen, wo ich... Eigentlich immer, wenn ich mir denke, okay, kittet jetzt einen Krypte auch. Wenn ich mir denke, hm, vielleicht, dann macht er sowieso. Alter, Null Magie, so viel Fähigkeit. Takumi ist einfach... Sorry, wenn ich mal ein All-Star Team bräuchte. Also, was er sicher weiss, wer dabei ist, wäre es sicher Takumi. Hinoka auch. Allgemein, wegen der Geschwindigkeit auch. Und Rinka sowieso. Aber es sind noch viele gute Werte, Alter. Bei mir alle Dinge mal senken. Waffen-Level-Rank, Ah, das wird hier sowieso... mühselig. Jo, Dauern wäre er, würde es ihm noch wehtun. Geister-Katan! Klar, ist ein Monster. Wieso wird das vorher schon geschnallt? Nogen-Kombinationen. Geschwindigkeit noch erhöhen, wa? Bring ich vielleicht doppelt ja sowieso. Geschwindigkeit zwei, den doppelt ja alles. Den könnt sogar, wer weiss ich, alles noch doppeln. Und sie kriegt praktisch keinen Schaden, alter. Ja, come on. Ich weiss, wer den Tumfalter trifft. Aber das Katana ist so geil. Ich finde das richtig steil, oder auch nicht. Wieso müssen die Charakteren, wenn sie ihren Finisher-Move einsetzen, immer so eine übertriebene Periode machen? Ganz ehrlich, da zum Beispiel teilweise so. Äh, noch übertriebener geht's wohl nicht, wa? Komm gar nicht hin. Scheisse! Speed! Hinoka, ich sing für dich! Yo, der ist Fujikato! Also, ich hoff's. Der ist nicht Fuji... Ich krieg einen Anfall. Nö, der kann ihm abschminken, der bringt überhaupt nichts. Können wir ihn heilen hier? Wäre mal ganz nice. Schnee ist überhaupt an 20, ja gut, doppelt nichts. Indoppen, das tut mir geil. Habe ich hier in der Nähe, äh, eine Heilerin? Naja. Ich mein, so der Typ bei der Meister-Axt, wenn der da loskittet, dann, als der Wister-Baby. Schweigen! Schon besser. Ja, so würdest du gar riskieren. Ah, Ki, hab auch gar keine Magie. Äh, wie kann man jetzt rein bei ihm? Äh, Mann! Was ist heute los? Oder schick ich doch lieber sie rein? Wobei, meister-Axt, hallo... Hah! Müssen das eine Grüne Waffe sein? Ne, so blau... Hallo? Äh, ja, Mann! Die will ich nicht heilen und sich schon gar nicht in der Luft zerteilen. Wie es darauf kommt, keine Ahnung. Äh, da ist ein Loch. Hallo Loch. Alter, null Schaden. Ja, Crite. Machen Crite. Das wäre jetzt episch gewesen. Null Treffer, Crite. Also sprich null Schaden, Crite natürlich, null Treffer, Crite vor allem. Na gut, komm her mit der Scheisse. Hier, du kriegst deinen Hasen. Wohlbekomms. Das hat bestimmt weh getan. Gut. Dann kann man natürlich auch direkt mal hier hoch. Erstmal wieder alle versammeln. Wir müssen noch ein bisschen durchheilen. Wohl die meisten ja ziemlich voll sehen. Wir trugen nicht auf den meisten. Sie hat Rang B-Stab. Schon überlegt im Rang A bei ihr. Das ist ja auch mal episch. Ja, okay. Echsenlöchner aus dem Weg fahren. Vielleicht kann man noch irgendwelche Gegner. Na ja. Erfahrungspunkt eben. Nächste Runde würde ich sagen, geht er sogar hoch. Also hoch. Auf die Fläche. Und wir das aktivieren. Zack. Okay. She is so ready for this. Sind wir auch. Die Gegner kommt nur mal hier Lava aus. Was kann das sein? Jo, sehr schön. Äh, da mal gucken, war. Vorher war es ja links. Gehe ich jetzt mal auf die. Denken wir mal rechts, war. Auch hier kann nichts wählen. Keine Chance. Es ist der Weg. Dieser Weg wird ein leichter sein. Nö. Sehe ich nicht ein. Okay, ich kann es so anlocken. Jo, machen wir das mal, war. Rettungstruppe! Sammeln! Ich sage ja, sammeln! Äh, aha. Ja, wir sind doofer drin, war. Sammeln! Hat richtig Spaß. Ein Silberbogen. Oh, das wird wehtun. Das wird mehr wehtun. Ei, 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 ei. Auf geht's! Neun Untaten zu sonst allem Möglichen. Äh, ja, Frage ist halt, wenn ich mal die Defense-Typ ist voran, war. Wäre sicher am effektivsten. Sprich vor allem Rinka, die kann ja ganz gut. Also ablocken natürlich. Obwohl wir schliessen auch gerne an. Haben wir sonst noch so Gutes in der Defense? Naja, eher mehr oder weniger zumindest. Natürlich noch ein bisschen Geschwindigkeit, kann man das natürlich mitgeben. Na, ist klar. Ein bisschen mehr Glück in die Truppe brauchen. Naja, die Truppe sage ich vor allem. Ein bisschen mehr Energie braucht vor allem Rinka. Oh. So. Ein bisschen mehr heilen, könnte auch er. Oh, fine Execution. Am Arschenexecution. Habe ich eigentlich, wenn ich jetzt, äh, wechs, das ist noch nix so in der Hinsicht. Aber krasse Werte, aber sonst. Noch keine aktive Wehigkeit. Äh, gut, wir müssen natürlich ein bisschen bewegen. Noch Glück mehr steigern, hast du nicht gesehen, aber nö. Ich kann wohl auch singen. Singen ist immer gut. Und gib gute Laune. Jaaa. So. Komm, komm. Oh. Das sind 8 Damage. Ich habe noch keine, die die Verdannungsstärken kann. Warte, wir haben mal etwas. Die Defense sammeln, glaube ich, das können nur Ritter. Ritter generell, und ich glaube, die kommen ein fließendes paar Vermächtnis bei uns im Zuge. Daher. Der ist aber nicht der Meister, ist ja was anderes. Waffen Nachteil, haha. Oh. Äh, tut trotzdem langsam weh. Langsam aber sicher. Puh. Wenn ich die alle schon ausschalte. Ja, den sicher, den sicherlich nicht. Der ist zu weit weg. Ja, wobei wir den natürlich allen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ach nee, kam sowieso nicht hin. Der ist vor allem noch ein No-Go, aber den Rest kann ich mir eigentlich schnappen. Ja, das ist Waffendreieck, wa? Aber wenn der trifft, 20 Schaden, das ist ein bisschen viel. Ja. 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 Ja, er muss fast. Ich muss ja durchblechen, verflixed. 23. Yo. Das sieht schon wesentlich geil aus. der neuen fähigkeit ist gerade stehen er hat neun schwänzeln gerade stehen okay aha das ist gemeint okay da hat er mir schon gerade er kann nicht ganz sein der geht doch nicht sie ist die am meisten ninja und kriegt gerade meisterlich auf die schnauze ja toll nützt mir sehr viel ich töte dich dich und den ausgebot der hölle ich töte dich nochmal ich habe sie gesagt magie du brauchst keine magie da fehlt so gut es tut weh aber kann natürlich nachher mit skalend noch killen einmal nehmen sie das sehr schön spüren meine art der schreckens aus eisen wohlgemerkt das wäre mal heilen ganz nice ja zumindest ein bisschen ja ist das scheiß meuse oh ne tjo gelegt zu schlafen tolls aber eben den der ja trotzdem relativ weit angreifen kann das sind was ich auch tun wird und ich mir aber frage wie kam ich aus dieser nummer wieder raus das kapitel dauert sowieso lange aber das gefühl gut ich muss aber noch beginnen aber trotzdem ich habe gerade wenig mehr glück und so aber ich habe gerade wenig mehr glück und so aber ich habe keine szenen von hier aus auch mit dem herbstfest ja ja heilung das bringt mir was ja sehr geil ja speed oder heilen wenn wir sagen heilen gut ich meine es lief jetzt nicht gerade hundertprozentig optimal alles aber ich bin jetzt wieder so weit gehalten dass es eigentlich keiner mehr Einheiten abkratzen dürfte dürfte ich habe gesagt dürfte keiner dürfte abkratzen jetzt kann der kit gut ich dachte schon eh ja geht könnte besser sein gut gut ich habe wir müssen trainiert aber eigentlich den Meisterbogen obwohl ich kann mal so schlecht Kagero plus Kitt das wäre doch ein Hit klar ohne hit Äh, ungekriegten Hit. Ja, warum nicht? Du, du, du gibt Erfahrungspunkte. Jetzt haben wir noch die doofen Truppe hier drüben, dass er wieder ein bisschen sammeln war. Eigentlich Frau Rinka. Darf ich sie hinstellen, zack, den Rest geht schon klar, kein Problem. Genau, noch ein bisschen Stärke. Hm, Moment doch mal. Du, unser Meisterkleriker mit der Fähigkeit einzufangen. Also, wir können mal das Monster einfangen, wa? So, Magie, Blue, Stärke hoch. Ja, leg mich am Arsch, das wird uns weh tun. Noch ein bisschen Speed Force. So, Cabero fällt noch. Hier hin. Und das war's schon wieder. Und der Part ist auch bald wieder vorbei. Oder ist bald eigentlich gleich. Einmal ein bisschen kürzeres Paar machen diesmal. Dann müssen wir in der nächsten Runde eigentlich soweit sein, alles abzuschliessen. Was ist los nach der hier? Jo. Jo, der nächste Part ist ja gegessen. Plus keine Katzin noch. Das könnte durchaus noch sein, dass die kommt. Ich mein, warum nicht da, ich bin im Nachteil, allerdings, ich hab mächtige Freunde dabei. Was sie erkrieten können. Danke. Und es bringt auch gute Erfahrungspunkte. Moment. Das ist ein Bogentypi. Bogentypis tun weh. Sind wir uns einig? Also, kann solche Typis hin. Typis, die Schmerz wegstecken können. Das sind gute Typis. Das will ich hoffen. So, jetzt haben wir hier die Truppe. Unsere Dienstmark, vielleicht noch hier hinstellen. Nachher abzusahnen. Nicht wortwörtlich gemeint. Ich bin nur für ein bisschen Geschwindigkeit nach. Ähm, sie sind noch ein bisschen stärker. Jo. Äh, wir werden ein bisschen Magie geben. Rinka geht aber leider nicht. Gut, dann bleibt sie mal hier. Mal die Truppen versammeln. Das ist auch ganz wichtig. Ich bin eigentlich nicht der Weg durch. Ich muss fast hier sein. Woh? Kommen sie sogar hier drüben. Die gehen nicht anders. Jo. So. Kann man sagen. Nächste Folge gibt es hier weiter. Bei Final Fantasy. Zum Echtnis. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. und bis zum nächsten Mal.